Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem nächsten Multiplayer-Let's-Play-Projekt, nämlich Overwatch. Und ja, ich weiß, der Zug ist vielleicht schon ein bisschen abgefahren, machen ziemlich viele Leute. Aber ich hab mir gedacht, hey, es ist nie zu spät. Und deswegen hab ich jetzt gedacht, momentan sind ja auch die Overwatch-Sommerspiele 2016. Und da dachte ich mir, es ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt zu starten. Ich hab auch vor, dann irgendwann mal Rankeds zu machen mit einem Fully-Premade-Team, wo man sich dann wirklich zusammen abspricht. Aber jetzt zu Beginn wird es halt erstmal so ein paar Fun-Aufnahmen geben. Und mit dabei sind einmal der gute Tobi und der Mick, den kennt ihr noch nicht. Ja, hallo. Also und ja, Mick hat mich angeschrieben und gefragt, ob er einfach mitmachen kann jetzt beim Zocken, weil er gerade keinen hat. Da dachte ich mir, ja klar, kannst du machen. Und das Coole ist auch bei diesem Brawl, den man jetzt hier spielen kann, den jetzt gerade anscheinend Tobi schon sucht, ist es auch so, dass man eh nur zu dritt spielen kann, also 3 gegen 3. Und da war das eigentlich ganz passend. Und ja, Mick ist vom Level schon 88 und Tobi ist 30 und ich bin 26. Und ja, wie gesagt, wer mich in Battle.net enden will, kann das gerne machen. Nighthawk, Hashtag 2451. Ja, wer das halt möchte, kann das machen. Und ja, ansonsten bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Wird bestimmt lustig. Tobi kriegt auf jeden Fall mal Kopfschmerzen dabei. Digga, dieses FV, ne? Müsste doppelt so hoch sein dafür. Ja, Mannschaft, fülle ich mir den Ball aus den Augen. Ah, GG, ich hoffe, wir finden Lobby. So lange kann ich die Lootboxen hier öffnen. Öffnen wir die, äh... Kann ich die andere nicht zuerst? Ey, 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 Digga. Du hast null Lootboxen. Achso, es geht eh los. Na gut, okay. Ähm, alles klar. Mick, hast du den Brawl schon mal gespielt? Wer ist ja. Ja, übrigens ist es so, falls wir jetzt vom Soundherr noch nicht ganz perfekt sein sollten, werde ich das natürlich noch im nächsten Part umändern, aber erster Part kann natürlich immer ein wenig so sein. Oh mein Gott, ich schieße das erste Tor. Ich bin der Nächste. Das ist Ronaldo. Gönnt es euch. Und da kommt ich. Und ja, Hype. Ist ja so ähnlich wie Rocket League irgendwie, oder? Ja, ich habe Rocket League nie gespielt, aber ja, ich glaube schon. Ey, ich meine jetzt hier vom Stil der Arena und meine jetzt so. Ja, das ist Rocket League in Kacke. Aber man kann übrigens auch, man kann auch an der Wand laufen. Tobi, ist übrigens unser Torwart, weil dir wird eh nur zu schlecht und deswegen hat er sich dann natürlich gerne dazu bereit erklärt. Komm, mach doch jetzt rein. Ey, Manno. Ah, Mist. Gönnt euch. Oh, falsche Riechen. Ah, ich fliege! Nein, 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 Tobi, Tobi. Hau ihn weg! Das war natürlich meine Parade. Nicht der Gegner, aber einfach nur zu kacke. Gott, warum... Nein! Wo schieße ich den denn hin? Parade. Okay, ja gut. Ich laufe an der Wand und... Da schießen wir ihn wieder zurück. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, 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 naja, komm mal rein. Nein. Ah, Mist, so knapp. Ich fliege schon wieder. Oh Gott. Jetzt geht's los auf die Ohren. Da sind sie ja. Aber schon. Nein. Hä, der rutscht an der Wand lang. Ja, du kannst an der Wand laufen. Ja, das kann man, indem du einfach in die Wand spinnst, ne? Tobi, warum bist du mit deinem Posten gegangen, du Nub? Manuel Neuer. Du Nub. Ja, ohne Witz. Der Ball kommt. Tobi geht weg. Das kann man jetzt, glaube ich, auch noch sehen. Ich hab's nicht gesehen. Guck, der Ball kommt und du so... Ja, ich springe einfach mal über den Ball. So, juckt mich nicht. Ähm, Gigi. Ich will jetzt nur sagen, äh, kennt ihr wahrscheinlich nicht, die Ulti von Lucio zieht den Ball an jetzt. Ach, zieht den denn an, oder? Ja, du ziehst dann automatisch den Ball an. Ach so, ich dachte, du drückst den R von dir weg. Wow, okay. Hauptsache, ich hab die Ulti erstmal falsch verstanden. Ja, äh, das machen viele. Du, äh, die gehen in dein Tor rein und machen die, aktivieren die Ulti. Ah so, okay. Und der Ball fliegt dadurch automatisch rein. Ja gut, wieder was gelernt. Boom. Und da schieße ich ihn weg. Oh Mann. Ja, komm schon. So. Nein, so knapp. Oh, weg die Scheiße. Und? Nein. Oh, ich wollte gerade gegen springen. Ich hab Ulti, aber ich setze noch nicht ein. Komm schon. Ich hab's auch, ne? Okay, du musst den nicht exakt treffen, um, äh, dir mit dem Faustschlag, ähm, anzuhitten. Also, der hat auch so eine gewisse Reichweite. Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Das wird er sehen, der wurde durch die Ulti. Ja. Hast du die gerade aktiviert, oder? Ne, das waren die Gegner. Okay, gut. Oh Gott. Komm schon. Ah, das wäre so geil gewesen, wie eben in dem Match. Ja, ja. Ja, das müssen wir noch schaffen, sonst ist's auch... Ja, solange man halt ein Tor weiter hat, ist das auch echt... Das ist doch schön. Und? Den rein. Mach schon. Jawoll. Haha, nice. Bitte? Noch ein zweites Tor von dir. Ja, ja. Nice. Habe ich den rein, habe ich den reingezogen, oder, äh... Äh, warte. Ich hab natürlich Playoff... Ne, okay, gut, der wäre auch... Ich hab das zu spät... Der ist halt so an die Ecke und dann reingegangen. Also, der wäre wahrscheinlich so oder so, äh, reingegangen. Also, ich denke mal, die haben noch ihre Ulti und werden das jetzt versuchen. Ich hab auch noch meine Ulti. Die sollte ich hier hinten nicht einsetzen, ja. Alter, mit der Tastatur. Die sieht so geil aus mit dem Spielmodus. Und mit dem Spiel... Oh mein... Oh Gott, die Funktion. Äh. Oh mein Gott. Nein! Oh, nein! Nein! Hast du den weggekickt? Nein! Oh, das wäre das 3-0 gewesen von mir. Geht zurück? Weil das auch so ein 3-0 ist, ne? Äh, 3-1. Ja, ist ja gut, Tobi. Wo ist der Ball? Nicht im Tor. Das können die gar nicht mehr schaffen. Oh, so knapp. Brauparade von mir natürlich. Acht Bälle abgefangen, ja. Und ein Schuss gehalten. Freut sich, den Lüscher spiele ich nicht so oft. Also, gar nicht. Also, ich spiele... Ich hab den ein paar Mal gespielt, ist auch ganz cool, aber... Geht so. Highlight ist... Ja, alle sind klar. Er kriegt Highlight. Dank. Der... Er hat zwar bloß ein Tor gemacht, aber okay. Der Disrespect. Ja, es geht hier um das Highlight. Wie gut das, glaube ich, war nicht. Wie viele Tore du gemacht hast. Ja, aber... Was war da... Yo, was war da ein Highlight? Ich finde, ich denke mal, dein Band besser. Ich fand auch. Also, ich fand... Also, das Zweite nicht so, aber das Erste war nice. Ja, kommt. Also, gönnt mir auf jeden Fall den Upvote. Oh, ich hab keine Ahnung, aber... ...vote... Oh, ja. Bieler des Spiels. Ein Hoch auf die deutsche... Wow! Die haben halt alle ihren Mates was gegeben. Gigi. Ja, deswegen... Ja, Mick, du bist ein bisschen abgebrochen. Oh, sorry. Nicht schlimm. Ich hab gerade eher gebrochen. Alles klar. Ist Stadio das Ra? Oder wie spricht man das aus? Gut, ich versuche meine Lootbox zu öffnen. Ja, man wird immer rausgeworfen damit. Ah ja, gut, okay. Dann lass mich mal kurz die Lootbox öffnen. Öffnen wir... Ich würde erst gerne in die andere... Egal, scheiß drauf. Öffnen wir die. Wow. 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 Okay, ich krieg halt einen Skin. Also ich krieg halt... Ja gut, ich hatte alles noch nicht, glaube ich. Ich hab halt einen Skin bekommen. Den von Lucio. Den Synas... Synas Thea? Keine Ahnung. Auf jeden Fall den, den auch ein anderer gerade hatte, der das Highlight war. Ähm. Ja, was... Moment mal. Wo ist denn meine andere Lootbox? Ach so, da. Lootbox öffnen. Okay. Oh, ein goldenes. Ja, ich... Ich hab den Tracer-Skin gezogen. Nicht schon wieder. Ich hab... Drei Leute... Weil... Ich war gestern mit drei Leuten, hab ich gespielt. Nice. Ich hab gestern mit drei Leuten gespielt. Und alle drei haben halt... Tracer-Skin. Kriegt man die nur durch die Sommerspiele momentan? Ja. Geht der danach weg? Ne, ne. Die kann man sich... Die kann man sich auch nicht kaufen. Die kriegt man nur durch die Lootboxen. Ach so. Ja. Ah, okay. Also du musst ja wirklich durch die Lootboxen ziehen, ne? Okay. Ja. Ja, nice. Hey. Cool. Hype. Gut, ich schau grad mal, was ich noch freigeschaltet habe. Mei. Hab ich auch einfach so ein Spray. Okay, da find ich aber das Beste, was ich habe. Äh... DVA. Hab ich ein Spray. Wow. Wo die so Fahrrad fährt. Okay. Nehmen wir das mal. Ja. DVA ist eh mein meistgespielter Charakter. To... Das machst du nur aus dem Disrespect, Tori. Ich hab nicht deine Kackkisten öffnen lassen. So richtig. Wo ist der Ball? Ey, warte. Ich schie... Wenn beide Fraktionen... Wenn beide Fraktionen den gleichzeitig manchmal so kicken, dann ist der irgendwo in der Luft. Keine Ahnung. Richtig komisch. Nice, komm. Nein. Oh, gut gehalten von dem. Oh. Wir müssen diese Pads überall auf allen Maps einbauen. Was? Tobi? Klar, abseil. Das kannst du dir angucken. Ich hab diese Druckwelle aktiviert. Aber es hat den Ball irgendwie... Du, mach dir nicht die Druckwelle. Schlag den dann einfach nur weg. Ja, aber können dir doch die Druckwelle... Ja, die Druckwelle macht viel mehr. Also die schiebt sie viel mehr. Deswegen... Ja, aber trotz... Ich fände... Ah, alles. Na, egal. Kriegen wir hin. Alles ist schuld. Ja, alles klar, natürlich. Gib dem Video einfach einen Daumen runter. Danke, Tobi. Ich hasse dich auch. Boom. Ach, ja, ja. Nein, viel zu weit weg. Ob man die hilft. Und... Komm schon. Nein, wo schieße ich ihn denn hin? Komm schon. Ey, ernsthaft? Ja, ich hab ihn weg. Lol. Diese Druckwelle. Macht mich irgendwie aggressiv. Ich hab ihn weg. Hä? Los, das Ding drehen wir noch. Was ist der Ball? The fuck? Was war das denn? Hä? 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 The fuck. Ich verstehe es nicht. Hä? Ja. Äh, hab ich irgendwie nicht kapiert ganz. Du fangst den Ball weg. Egal, ich darf jetzt mit raus. Keinen Bock auf Tormat. Na? Na, ich geh in Tor. Okay. Machst du? Ich hoffe, ich kann es mal ansatzweise. Ja. Angst. Oder auch nicht. Alles klar, Tobi. Geh du bitte wieder ins Tor. GG. Oh Gott, das war so peinlich. Guck dir das einfach mal an. So, einfach... Alles klar. Alles klar. Eine Oma mit Krücken hätte den noch gehalten. Okay, ich glaube, ich... Einen Torwart ist nicht gut. Ja, guck mal, ich spawn schon hier. Ja, die dachten sich auch schon so. Ja, komm. Lieber wieder den Pro ins Tor schicken. Okay. Wollt der Ball. Ja, komm, mach den rein. Ja, geht schlecht. Nein, nicht in meinem Tor. Komm schon. Nein. Oh, der Torwart ist aber echt nicht schlecht von dem, muss man sagen. Ist Manuel Neuer in Kacke? In Schwart, meinst du wohl eher. Könnte ja gut was zum Beispiel. Komm schon. Yo. Der Tor... Ey, yo. Also okay. Der Torwart ist gut und dann... Ja, geht doch. Hab ich doch gerne gemacht. Also der Torwart war echt gut und dann das andere war Latte und... Naja. Er hat Latte gesagt. Aber ich schieße den schon... Ich fämpfe den schon ganz gut eigentlich rein jetzt. Ja, meine Ulti hat eigentlich auch ziemlich viel gebracht. Okay. Okay. Ich hab meine nicht mal. Ich mach jetzt direkt vor. Mach das. Komm schon. Nein. Ein klein wenig mehr in die Druckwelle hätte es geschafft. Äh, Leute. Torwart. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Ihr habt gehört, wir gewinnen das auf jeden Fall. Wenigstens hast du eine gute Runde am Anfang. Ja. Jetzt ist es halt einfach geil. Ah, der Ball hilft. Ja gut, Tobi bei. Er hat sein Ulti aktiviert und der Ball ist halt zu ihm hingeholt. Ja. Ich hab halt auch Ulti, aber ich setze ihn noch nicht ein. Jetzt wird's massiv. Lol. Tobi. Oh Gott. Ey, Dreads sind fast in dein eigenes Tor gezogen, wa? Aber nur fast. Nice. Parade hatte ich gerade. Ja, halt. Das sah bestimmt gut aus. Ey, komm schon. Wie viel Pech kann ich haben, dass der nicht drin war gerade? Komm schon. Jawoll. Gut gemacht. Richtig nice. Das war so ein Tor, wie du das noch hattest, als wir noch nicht aufgemacht. Oh, richtig schön. Also richtig. Jugo. Ui. Machst nichts. Oh, richtig. Aber der ist auch richtig schön gewesen. Also wenn ich meine Ulti gleich vorne noch irgendwie gut setzen könnte, dann wäre es nice. Auf nochmal so einen Ball. Dann machen wir noch zwei Tore so. Ich spring ja schon über den Ball rüber. Ja, ich auch. Die dürfen nicht beide springen. Komm schon. Hau rein. Wo ist der? Wow, warum ist der so weit drin? Ja, bin dabei. Hau weg. Nein. Ah, das wird ziemlich knapp werden. Das war ja gar nicht knapp. Ja, Mann. Die springen nach da und dann. Lol. Lol, Alex. Super. Kommt der andere schon angefahren. Dein Schlittschuh. Ja, was zum... Der Ball geht einfach bloß hin und her. Mehr macht... Mehr passiert. Ja gut. Die können ja auch Zeit hinaus zögern in dem Sinne. Ich habe gehört, das nächste Main-Projekt von Alex mit Rocket League. Ja, auf jeden Fall. Ich spring immer über den Ball rüber. Ja, ich auch. Wir werden gleich laut. Nein. Oh Gott, cool. Gönnung. Oh Mann. Egal. War trotzdem eine nette Runde. Mein Tor war halt radios. Ulti noch. In Zeitlupe. Ich würde jetzt sagen, wir haben gewonnen. Sieger der Herzen. Ich kann mir vorstellen, dass meins vielleicht oder Tobis ein Highlight wird. Ja, okay, meins. Nice. Sogar mit dem Skin, den ich gezogen habe. Jetzt wird's massiv. Was? Jetzt kommt das... Es ist keine Ahnung, wo der Ball war. So. Ja stimmt, du hast ihn zu dir gezogen und ich habe dir dann mit der Druckwelle nach vorne. Ja, okay. Das war echt geil. Jetzt hat man das nochmal besser gesehen. Ähm... Erst mal der Match schlecht beraten. Obwohl du gar keinen. Ja, ist wirklich. Oh Mann. Tobi, verlass mal das Match, bitte. Du kannst ja jetzt schon mal rausgehen. Du musst ja nicht diese... Tobi. Gut, Hellengalerie. Ich will mir ganz kurz den Tracer-Skin anschauen. Ey, ich spiele vor allem Tracer echt gerne so. Hm, ja, der Skin ist nice. Ach lol, hä? Ach ja, Slipstream. Ach, das war ja durch die Vorbestellersache. Okay. Ach, es gibt noch einen anderen Sprinterin. Ja, in einer anderen Farbe. Ah, okay, alles klar. Ja, das ist in Blau und das, was ich jetzt habe, ist halt... Okay, alles klar. Äh, Diva hat auch einen neuen Skin bekommen. Was? Oh mein Gott, lass mal anschauen. Toll, wenn du jetzt startest, du bist so... So ein Lila, ne? Oh, ich habe gestartet. Lila, ne? Tage... Ja. Tagefugi? Wollen wir überhaupt noch eine Runde machen? Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, wir sind bei 16 Minuten. Also eine Runde würde ich gerne noch zeigen und dann... Was ich cool finde, Genji hat auch einen neuen Skin bekommen. Äh, farblich nur einen anderen oder... Na, farblich. Der ist komplett weiß, äh, rot. Ah, Nihon. Also weiß. Ja, ey. Und ja. Wo ist der? Alter, der sieht zick aus. Na, auch. Nihon. Ja, stimmt. Ja, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Das stimmt, ja. Muss man Lootboxen kaufen. Okay, gut. Alles klar. Tobi kann sich... Tobi kann sich... Na, ich habe jetzt... Aber ich bin froh, dass ich den jetzt habe. Ist zwar ein... Ich bin zwar ein Blau, finde ich, sieht so ein klein wenig besser aus, aber... Äh, ja, Orange ist auch gut. Ich meine, ich beschwer mich nicht, den zu haben. Mit wem gibt es denn alle diese Sportskins? Mit, äh, Lucio? Äh, Syria, glaube ich. Ne, Saria. Tracer und wem noch? Saria. Saria, Lucio und, äh, Tracer. Los geht's! Also mit den, äh, drei Charakteren, ne? Ja! Oh, kacht ihr das an! Easy! Seht euch das an! Die werden einfach auf dem Kast stehen. Wow, jetzt kommt, mal gucken. Spring! Boots! Ja, geil. Habt ihr gehört, wir machen Brasilien hier jetzt auf jeden Fall. Der repeat, nächstes Tor. Okay, ich hoffe, die bleiben jetzt wieder. Auf keinen Fall stehen. Sollen wir das vielleicht so machen, demnächst, dass derjenige, der im Tor startet, dann noch kurz im Tor bleibt, zumindest zu Beginn? Also, wie... Hm, sowieso im Tor. Okay, gut, ja. Der Bongos. Jetzt komm ich raus! Ja, genau, Tobi, wenn da grad, äh... Ja, komm, alles easy geplant. Ja, ja. War ja nicht mal knapp. So. Okay, ich hab ihn perfekt hingelegt. Ey, Mann! Nice, Tobi! Komm, der geht einfach rein! Jetzt bitte! Nein, nein, nein! Oh, Mann! Jo, Mann! Scheiße! Ich spring jetzt auf den Ball zu. Komm mit dir. Und weg damit! Pff! Wow! Nein, ja, 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 ja! Der... Ja, der Teamhead hat mir voll die Vorlage ge... Ich hab den zum Teamhead, der Teamhead kickt den da rein, schau's dir an, guck! Und der kickt den nochmal, jo! Nice! Okay, ich muss was leiser sein. Ja, du musst an den Ball ran. Mhm! Jetzt gibt's was auf die Ohren! Oh komm schon, bitte! Nein! Bitte! Gute Vorlage? Schade, ja. Tobi macht dann wohl das bisschen mehr Spaß jetzt? Keine Ahnung! Ja, er sieht ihn ja bloß von hinten. Das ist doch gut so, mir wird todesschlecht. Das sind die Sparrows von heute. Ja, die waren gut. Mehr hab ich heute noch nicht gegessen. Komm schon, und jetzt schön rein. Nein! Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Hau ihn rein jetzt, los komm! Nö, lol. Ja, ich dachte ich hab meine Ulti. Ja, ich hätte den fast reinbekommen auch eben. Ja. Loll. Alles klar. Sein Puls enttäuscht mich immer wieder. Hau ihn zu mir nach vorne. Ich hab auch Ulti. Der Stoßen bringt halt am meisten. Dieses mit der Faust meinst du einfach nur? Ne, mit dem Stoßen halt. Mit der Druckfrage. Oh, das war ne schwierige Parade. Okay, er hat ihn zu sich gezogen. Jawoll. Jetzt wird's massiv. Nein. Ist das vom Tor? Vom Tor? Seht euch das an. Scheiße, jetzt hab ich unnötig meine Ulti geused. Ja, ich hab meine gut benutzt. Ja, guck ich wollt's jetzt auch aktivieren. Ja, nice. Der hat ja Gegner als reingemacht. Okay. Freddy hat Overwatch beendet. Ja, der war auch grad ganz kurz im TS. Ach, der ist unten. Zwei. Eins. Au. 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 Nein. Schade, wenn der reingegangen wäre, wäre lustig gewesen. Ich hab mal ne Ulti. Bleib mal aus dem Tor weg. Ja, gut. Okay. Ja, okay. Gehst du? Mit der Ulti hab ich halt mehr Chancen am Tor. Jetzt wird's massiv. Oh, nice Tobi. Ey, bist du in ein Tor reingegangen? Ne, ne. Der hat ihn richtig schön versenkt. Mit einer guten Vorlage. Jetzt kurz so mittig fliegt der. Ja, nice. Richtig. Oh, das war richtig nice. Richtig gut. Die Ulti gejustet. Auf jeden Fall. Bin ich froh, dass das auf Youtube ist. Sehe, die Aufnahme geht. Kaputt. Dann schick ich mir meine. Dann schick ich dir meine. Ich schicke mal auf wegen den Outtakes. Boah. Echt? Ja. Echt? Du musst dann wirklich mal so ne Compilation immer zusammen stellen. Ich hab ja nur das von Death by Day. Ah, ja. Geht gut ab. Au. 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 Yeah. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall gleich noch einen zweiten Fußballpart. Das ist Bock da. Das stimmt. Das ist doch immer da rein. Was? Ich hab meine Brille verloren. Der Ghost. Wuuu. Okay. Ja. Alles klar. Also dicke Finse noch Haus hoch. Na ja. Ich mein, wenn sie jetzt ganz gut sind. Ich schätze ich nicht. Kann man nicht in 2 und 3 Sekunden schaffen. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Ach, wie beide immer die Ruhrquelle am Anfang einsetzen. Geht nach vorne. Oh, oh man. Ach nö. Usain. Nein. Rettete den Ball. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Weißt du, ihr versaut das schöne 4-0. Lohn. Äh. 4-2. So richtig dumm einfach. Ja. Ey. Da steht die Ohren. Nice. Los. Let's go. Na gut. Wenigsten hab ich einen Punkt gemacht. Wie viele Tore hab ich gemacht? Du hast einfach 2 glaube ich, ne? 2. Und du hast 1 und Tobi 1. Ja, nice. Hätte meins sein. Ja, klar. Ach, das ist das, wo wir alle vorne standen. Glaub ich. Wetten. Ja, ja. Wo man den jetzt einfach so reinrollen lässt. Das ist halt kein schönes Tor. Einfach so doof. So. Ich bin gewusst, was er macht. Ey, der ist Level 100 gewesen. Echt? Hä, warum macht's 2 Tore? Hä? Echt? Okay, komisch. Naja, gut. Da steht 2 Tore. Soll ich mit verlassen da drin bleiben? Ja, verlassen. Aber wir werden eh rausgebracht. Na gut, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch dieser erste Part gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch einen netten Kommentar hinterlassen. Schreibt mir doch mal, was ihr durch diese Sommerkiste gezogen habt oder vielleicht, was ihr generell schon so durch die Kisten Gutes gezogen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann wird's auch nochmal diesen Brawl der Woche geben. Oder beziehungsweise wie lange es den jetzt auch immer geben wird. Aber ich glaube, den gibt's jetzt bis zum 22. August. Genau, solange wir auch wie die Olympischen Spiele, glaube ich, sind. Also 2. bis 22. August geht das, glaube ich. Von daher denke ich mal, wird's jetzt auf jeden Fall, wird der nächste Part nochmal ein Brawl der Woche sein und vielleicht dann nochmal so zum Abschluss einer. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie ich schon gesagt habe. Und ich überlasse das Wort den Gästen. Tschüss. Ciao.